Wir verkosten heute einen ganz besonders feinen Krabber von Mazzadro, und zwar den Diare Affinata Amarone. An dem ist jetzt nicht nur besonders, dass er bei der IWSC 2012 Gold gewonnen hat, als bester Krabber weltweit, immerhin, sondern was hat es denn mit dem Amarone so auf sich? Ja, Amarone, was ganz Spezielles in Italien, sehr bekannt und auch beliebt, und vor allem aus dem Wein-Segment her, und da werden die Trauben frühzeitig geerntet und werden dann getrocknet. Also nicht die Amarone-Traube, sondern du hast mir vorher erzählt, das sind ja... Es sind mehrere Sorten, und die ergeben ein Cuvée, den Amarone dann, der eben die Trauben, wenn sie von der Rebe genommen werden, abgeschnitten, aber an den Stängeln zusammen getrocknet werden. Und je nach Klima und Stil, den der Amarone haben soll, verschiedene Tröcknungszeiten hat, das über mehrere Wochen bis hin zu einem halben Jahr dauern kann. Okay. Und der Effekt dabei, wie du schon fragen schaust, macht natürlich, es entzieht der Flüssigkeit, es ist schon fast rosinenartig, je nach Stil. Und wie du von Rosinen kennst, wenig Flüssigkeit, bis Rosinen schlussendlich, denn eigentlich fast gar keine mehr. Und hier bleibt natürlich etwas Flüssigkeit zurück, und die wird dann gepresst. Wir haben viel mehr Restsüße und natürlich auch bittere und saure Noten. Und die werden hier wundervoll kombiniert ineinander. Okay, das heißt, von der Theorie her müssen wir auf zwei Sachen achten, auf die Süße und die Bitterkeit und das Zusammenspiel von diesen zwei Polen eigentlich. Jetzt bin ich nämlich gespannt, wie sich da ein Glas macht. Das werden wir probieren. Steht auf dem Fass und war lange genug im Fass. Stimmt, ja. Also, es ist ein Blend, das heißt, es werden natürlich mehrere Fässer davon gemacht. Und da jedes Fass eventuelle kleine Abweichungen haben kann, hat man am Schluss alles zusammen geblendet, damit einfach die Qualität immer die gleiche bleibt. Also, auch wenn du nächstes Jahr noch einmal einen bestellst, wird er genauso schmecken wie heute, so wie man es auch bei den Whiskys sehr oft herkennt. Man merkt schon in der Nase sehr, sehr breit gefächerte Nuancen dabei. Leichte Süße, Dörpflaumen und ganz klar natürlich auch das klassische Grappa, der Trester, also das leicht traubige und astige dabei. Weißt du, woran mich da ganz stark erinnert? An einen milden Whisky, also jetzt nicht an einen torfigen, nicht an einen Insel-Whisky, sondern einen milden Speyside- oder Highland-Whisky. Also diese Fassnoten, die feinen Holzaromen. Das volle in der Nase kann man einem Whisky nachsagen, wo jetzt dieser Grappa da Marone auch hat. Das liegt ja auch daran, der war ja tatsächlich mindestens drei Jahre im Fass, im Holzfass. Und zwar bei einem Blend zählt immer der jüngste Teil, das heißt Teile von diesem Giare Amarone waren wahrscheinlich auch noch einiges länger. Verantwortlich dafür, aus dieser Vielfalt an Fässern, in denen der vor sich hinreift, ein rundes Gesamtprodukt zu machen, diesen Blend perfekt hinzukriegen, ist der Masterblender. Das heißt tatsächlich so, bei Mazzatro ist das Andrea Mazzatro persönlich, der als Brennmeister und Masterblender verantwortlich ist für die Komposition der feinen Grappa des Hauses. Und ich würde sagen, allein von der Nase her ist das schon mal sehr, sehr vielversprechend. Sehr vielversprechend. Da gibt es ja nur noch eins zu tun. Zum Wohl. Zum Wohl. Also wundert mich nicht, dass der bei Whisky Cannon beliebt ist. Also ein sehr vollmundiges Aroma. Genauso breit gefächert, wie er in der Nase ist, geht es im Gaumen weiter. Also es ist eine richtige Explosion schon fast an verschiedenen Geschmäckern. Die bittere Noten sind dabei, für mich so Bittermandeln, die Dörpflaumen, das fruchtig-süßliche und auch dezente Säure im Hintergrund. Das ist sehr schön ineinander eingebunden und man merkt schon, wie sich das Ganze ein bisschen auflöst und Platz macht für andere Geschmacksnuancen. Also man merkt jetzt im Abgang eine ganz feine Süße noch, die hinterher kommt die Traube, kommt jetzt im Nachhinein mehr durch als am Anfang. Und ich muss sagen, das ist von Anfang bis Schluss ein definitiv großes Erlebnis, dieser Amarone. Ich muss immer wieder sagen, ich bin immer wieder beeindruckt von dem Vokabular, mit dem du das beschreiben kannst, wenn ich sage, schmeckt wie ein guter Whisky. Was ich interessant finde, ist vor allem dieses Spiel zwischen Süße und Bitterkeit. Also das ist hier wirklich perfekt gelungen. Also da kann man sagen, der Master Blender hat seine Aufgabe gemacht und das ist, glaube ich, das, was diese Erinnerung an Whisky weckt. So immer schwankt, nicht zu rauchig, nicht zu süß und das ist genau hier, was ich hier auch schmecke. Also die Kombination mit den getrockneten Trauben und den drei Jahren im Fass gibt ein wunderschönes, harmonisches, wunders Produkt. Wirklich, das finde ich so ein großartiger Vertreter für diese neuen, hochwertigen, modernen Grapper, die lange Zeit im Fass gekriegt haben, die einfach was ganz anderes sind als das, was man früher oft mit Grapper verbunden hat. Jetzt ist man wirklich, also ganz eindeutig in der Oberklasse angekommen hier. Also würde ich sagen, beginnt spätestens bei der Giare-Reihe von Mazzaros. Wenn Sie jetzt zu Hause auch so Lust gekriegt haben, wie wir schon beim ersten Einschenken, den Giare Amarone genauso wie die anderen wunderbaren Grappe von Mazzaro finden Sie natürlich wie gewohnt bei uns im Shop auf myspirits.eu. Von uns an dieser Stelle bleibt eigentlich nur noch viel Spaß beim Genießen und bis zum nächsten Mal.